So, jetzt zum Test den Twister von Beko. Das ist der Platz der für 3,99 Euro bei Lidl. So, und jetzt gleich mal zwei Stück. Das ist der Platz der für 3,99 Euro bei Lidl. Das ist der Platz der für 3,99 Euro bei Lidl. Das ist der Platz der für 3,99 Euro bei Lidl. Das ist der Platz der für 4,99 Euro bei Lidl. Vielen Dank.